Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Wir laufen quer über den Alexanderplatz. Wir sind schon fast an der Weltzeit-Uhr vorbei, da winkt uns ein Mann zu sich. Can you please take a picture from us? fragt er lächelnd in wackeligem Englisch und zeigt auf sich und seine Familie. Yeah, why not? sagt das Känguru schulterzuckend. You look funny. Es holt eine Wegwerfkamera aus seinem Beutel, knipst und steckt sie wieder ein. No, no, sagt der Mann. With my camera. Ach, das Känguru seufzt. Nee, na komm schon, sage ich. Das Känguru schüttelt seinen Kopf. I can do it, biete ich dem immer noch lächelnden Mann an. Er nickt und ich nehme die Kamera. Okay, frage ich. Der Mann blickt kritisch auf das kleine Display. No, with the TV tower, please. Okay. Okay? No, the whole tower, please. That is impossible. It is too big. No, you go back, please. Ich gehe zehn Schritte zurück. No, no, you go more back. Ich seufze und lasse die Kamera sinken. I can do it. Sagt das Känguru. Der Mann nickt. Das Känguru hüpft back. More back. Much more back. Schließlich hüpft es um eine Straßensecke und ist verschwunden. Die Familie lächelt immer noch fürs Foto. Nach ein paar Sekunden hört der Vater auf zu lächeln. Will it come back? Fragt er. The Känguru. Also... Sage ich. Nach umfassenden Studien meinerseits zum Verhalten dieses Beuteltieres würde ich die Chancen für das Eintreffen des von Ihnen angefragten Ereignisses als gegen Null tendierend einstufen. What? I don't think so. Eine halbe Stunde später finde ich das Känguru wieder. Die Aktion vorhin war witzig, was? Fragt es und hält die Kamera in die Höhe. Komm, ich zeig dir was noch Witzigeres. Es hüpft auf einen Passanten zu und reicht ihm die Kamera. Can you please take a picture from us? Fragt es. Der Mann nickt und nimmt die Kamera. Lauf! Flüstert mir das Känguru zu und hüpft los. Ich renne hinterher und wir verschwinden schnell um zwei Straßenecken. Das verwirrt die Leute immer total, sagt das Känguru fröhlich. nachher. Die Kamera ströße. Untertitelung des ZDF, 2020